Ich kenne die liebende Hilfe meiner liebenden Wälder, Camilla. In Erkennung ihrer eigenen Loyalität wird sie mein Queen-Konsult. In diesem Video erforschen wir die Schlüsselmomente, ihr damaliges Verhalten und was sie über ihre Beziehung zu Prinzessin Diana und der königlichen Familie verraten könnte. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, was ihre Reaktionen wirklich aussagen könnten. Bevor wir beginnen, möchte ich wissen, was war Ihrer Meinung nach der schockierendste Moment nach dem Tod von Prinzessin Diana? War es die Reaktion der königlichen Familie oder die Trauer der Öffentlichkeit? Bleiben Sie hier, denn die Antworten könnten Sie überraschen. Wir müssen zunächst in die fesselnde Liebesgeschichte von König Charles und Prinzessin Diana eintauchen. Eine Erzählung, die sich lange vor ihrem schrecklichen Tod abspielte und sowohl von starker Leidenschaft als auch von Angst erfüllt war. Nur dann werden wir in der Lage sein, die ganze Breite dieses königlichen Dramas zu erfassen. Die königliche Beziehung zwischen König Charles und Prinzessin Diana ist eine Geschichte, die vom Märchen bis zur herzzerreißenden Geschichte reicht. Es gibt nicht viele Liebesgeschichten, die die Fantasie so fesseln können, wie die über den verstorbenen König Charles und Prinzessin Diana. Obwohl ihre Liebesgeschichte mit dem Schimmer eines königlichen Märchens begann, endete sie schließlich mit einem tragischen Ende, das bis heute nachhalt. Als diese spektakuläre Hochzeit am 29. Juli 1989 in der St. Paul's Cathedral in London stattfand, war die Aufmerksamkeit der ganzen Welt völlig auf sie gerichtet. Ungefähr 750 Millionen Menschen verfolgten die monumentale Hochzeit von Prinz Charles und der faszinierenden Lady Diana Spencer, die weithin als die bedeutendste Hochzeit des Jahrhunderts galt. Der Zeremonie wohnten zahlreiche Menschen bei. Diese Heirat wurde von vielen als Zeichen des Optimismus für die britische Monarchie angesehen, da sie für Stabilität und ein Wiederaufflammen der Zuneigung zwischen den beiden Parteien stand. Mit ihrem umwerfend guten Aussehen und ihrem liebenswerten Auftreten erweckte Diana den Eindruck, die ideale Prinzessin zu sein, die dazu bestimmt war, eine neue Ära für die Familie Windsor einzuleuten. Schon seit Beginn ihrer fesselnden Liebesgeschichte lag eine Aura des Geheimnisvollen darin. Im November 1977, als Diana gerade 16 Jahre alt war, hatte sie ihre erste Begegnung mit dem 30-jährigen Prinz Charles. Während der Moorhuhnjagd war er im Althorpe-Haus, dem Anwesen, das ihrer Familie gehört. Es scheint, dass er sich recht informell mit Dianas älterer Schwester getroffen hat. Als Charles ein junger Erwachsener war, war er bereits ein Mann, der mit den Verpflichtungen der Monarchie belastet war. Diana war eine lebhafte Jugendliche, an die sich Charles als fröhlich und humorvoll erinnert. Nachdem ein Jahr vergangen war, sandte Charles eine Einladung an Diana, an der Geburtstagsfeier teilzunehmen, die er im Buckingham Palace veranstaltete. Obwohl ihre Schwester ihre Anwesenheit in Frage stellte, war sie von der Versammlung einigermaßen begeistert. Diana gab an, dass sie die Atmosphäre als aufregend empfand und dass sie sich völlig wohl fühlte, als sie in dem viel gelobten Buch von Andrew Morton mit dem Titel »Diana – Her True Story« über diesen Anlass nachdachte. Sie waren sich überhaupt nicht darüber im Klaren, dass dies nur ein Vorbote der darauf folgenden turbulenten Romanze war. Ihre Beziehung entbrannte im Juli 1980 während eines Ausflugs nach Sussex. Ein gemeinsamer Freund, Philipp de Pass, schlug Diana vor, mit dem Prinzen zu gehen und deutete damit an, dass er ihre jugendliche Begeisterung unterhaltsam finden würde. Während sie dort war, erhaschte sie einen Blick auf Charles' flirtende Seite. »Er sei praktisch auf mich rausgesprungen«, erinnerte sich Diana und erzählte von der Blüte ihrer Verbindung. Nicht lange danach stimmte Königin Elisabeth II. dieser schönen, unkonventionellen Beziehung offiziell zu. Als Charles am 6. Februar 1989 einen Heiratsantrag machte, schien die Welt den Atem anzuhalten. Dianas strahlendes Ja war voller Vorfreude, Wärme und Hoffnung. In einem anschließenden BBC-Interview erklärte sie selbstbewusst, Charles und ich können nichts falsch machen. Er ist bei mir. Doch die Antwort ihres Prinzen auf die Frage nach ihrer Liebe deutete auf eine unterschwellige Unsicherheit hin. Was auch immer in Liebe bedeutet. Trotz ihres überwältigenden Engagements und öffentlichen Optimismus zeigten sich Risse im Märchen von Charles und Diana. Als der große Tag der Hochzeit näher rückte, wurde klar, dass nicht alles so perfekt war, wie es schien. Sie hatten sich vor ihrer Hochzeit nur 13 Mal persönlich getroffen. Doch am 29. Juli 1989 erlebten Charles und Diana ihre Hochzeitszeremonie voller Pracht und jahrhundertelanger königlicher Bräuche. Aber ihre Flitterwochen waren nicht die romantische Flucht, die man sich vorgestellt hatte. Diana enthüllte später, dass sich die Hoffnung innerhalb weniger Tage in Verzweiflung verwandelte. Ich hatte enorme Hoffnung in mir, die jedoch am zweiten Tag zunichte gemacht wurde, verriet sie in Mortons Biografie. Inmitten des Glamours, in dem sie sich isoliert fühlte, vertiefte sich Charles in seine Lieblingsromane und bestand darauf, sie beim Mittagessen gemeinsam zu analysieren. Diana teilte mir mit, dass ich aus tiefstem Herzen geweint habe. Ich war aus den falschen Gründen so müde. Als sich unerfüllte Erwartungen in emotionalen Aufruhr verwandelten, verschärfte sich Dianas Kampf gegen die Depression in dieser Zeit und gipfelte in einem sichtbaren Rückgang, als sie mit dem Druck ihrer neuen Rolle zu kämpfen hatte. Alle sahen, dass ich immer dünner und kränker wurde, verriet sie und verriet damit die überwältigende Herausforderung, sich schnell an das Leben als Prinzessin zu gewöhnen. Zu der ohnehin schon schwierigen Situation kam noch hinzu, dass Camilla Parker Bowles in ihrer Ehe ständig präsent war. Diana erzählte, wie oft Camillas Bilder in ihren Gesprächen auftauchen. Während der Vorbereitungen für ein Staatsessen mit dem ägyptischen Präsidenten Sadat trug Charles stolz Manschettenknöpfe mit ineinander verschlungenen Zehs, die eindeutig ein Geschenk von Camilla waren. Die Szene brach in einem hitzigen Streit aus, der zeigte, wie problematisch ihr scheinbar perfektes Leben war. Mit der Geburt ihres ersten Sohnes, Prinz William, am 21. Juni 1982 wurde Prinzessin Diana zu einer Ikone der Londoner Königsfamilie. Bei diesem bedeutsamen Anlass wurde die Geburt eines neuen Monarchen gefeiert, der sowohl für die königliche Familie als auch für die britische Krone von großer Bedeutung war. Zwei Jahre und 15 Tage später, am 15. September 1984, brachte sie Prinz Harry, ihren zweiten Sohn, zur Welt. Prinzessin Diana glänzte in der Öffentlichkeit und zog jeden, dem sie begegnete, mühelos in ihren Bann. Diese erhöhte Sichtbarkeit löste bei Charles jedoch oft Eifersucht aus. Hier war eine Frau, nicht nur eine Prinzessin, sondern ein beliebtes nationales Gut, das Präsidenten und die Öffentlichkeit gleichermaßen bezaubern konnte. Obwohl sie ein dunkles Leben führte, freute sie sich über ihr natürliches Talent, mit anderen in Kontakt zu treten. Sie konnte für Großbritannien flirten und ihr natürliches Charisma wurde zu einer mächtigen Waffe in ihrem diplomatischen Arsenal. Ob mit Kindern im Londoner East End oder mit Menschen in fernen Ländern wie Lahore, sie tat mehr als nur ihre königlichen Pflichten. Sie baute Verbindungen auf. Die Hingabe an ihre Sache kam auf ihren täglichen Ausflügen außerhalb des Schlosses voll zum Ausdruck. Sie sehnte sich nach sinnvollen Kontakten, die ihrem ansonsten schwierigen Leben Freude bereiten könnten. Aufgrund ihres unerschütterlichen Engagements wurde Diana die Prinzessin des Volkes genannt. Aber sie war mehr als nur eine Prinzessin. Sie war ein authentisches Symbol ihres Landes. Als die Jahre nach der Geburt von William und Harry verstrichen, machten Gerüchte über Spannungen zwischen Diana und Charles die Runde. Charles konnte seine Gefühle für Camilla Parker Bowles offenbar nicht abschütteln. Im Jahr 1916 und 60 nahm Charles seine Beziehung zu Camilla wieder auf, obwohl sie damals mit Andrew Parker Bowles verheiratet war. Der bloße Gedanke, dass seine Liebe zu Camilla, seiner ersten Liebe wieder in sein Leben eindrang, war schädlich. Insbesondere für Diana, die sich zunehmend isoliert und betrogen fühlte. Dianas Schmerz wurde durch Charles eigenes Eingeständnis verschlimmert, das er 1994 in einer Biografie mit dem Titel Prince of Wales zum Ausdruck brachte. In der er behauptete, er würde seiner Ehe mit Diana treu bleiben, bis sie unwiederbringlich scheiterte. Das war nicht nur eine bloße Aussage. Es zeichnete ein lebendiges Porträt einer Ehe voller Missverständnisse und Kummer. Charles beschrieb, dass ihre Verbindung alle Zutaten einer griechischen Tragödie enthielt. Ein Gefühl, das angesichts des Medienrummels um ihr Privatleben großen Nachhall fand. Der Wendepunkt kam mit der Veröffentlichung von Andrew Mortons ehrlicher Biografie »Diana – Her True Story« im Jahr 1992. In einer Welt, die nach Informationen hungert, bot Mortons Buch einen Blick hinter die Kulissen der Herausforderungen des Paares und offenbarte zum ersten Mal das volle Ausmaß ihrer Schwierigkeiten. Kurz darauf nahm das Märchen eine ernste Wendung, als Premierminister John Major am 9. Dezember 1992 öffentlich ihre Trennung verkündete. Er erklärte mit Bedauern, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales beschlossen hätten, sich zu trennen. Ein Schlag, der die gesamte Monarchie erschütterte, die Öffentlichkeit gleichermaßen. Als ob die Trennung nicht schon skandalös genug wäre, wurde bereits im nächsten Jahr eine beunruhigende, sechsminütige Mitschrift aus dem Jahr 1989 veröffentlicht, die ein intimes Telefongespräch zwischen Charles und Camilla enthüllte. Dies löste einen Mediensturm aus, der im Volksmund als Camilla-Gate bekannt war. »Wir waren zu dritt in dieser Ehe, daher war es etwas überfüllt«, sagte Diana und betonte damit noch mehr den Kummer und die Turbulenzen, die sie erlebt hatte. Diese Entdeckung war kein bloßer Skandal, sondern lenkte die Aufmerksamkeit auf die tiefgreifenden, emotionalen Gräben, die im Laufe der Jahre entstanden waren und Diana verletzlich und in einer lieblosen Ehe gefangen machten. In einem umfassenden Interview mit dem Journalisten Martin Bashir, das am 20. November 1995 ausgestrahlt wurde, zerstörte Diana das romantisierte königliche Ideal, indem sie offen über ihre Probleme mit Melancholie und Einsamkeit in der Familie sprach und gleichzeitig versuchte, den Anschein einer glücklichen Ehe aufrecht zu erhalten. Königin Elisabeth Dorn II. erkannte die Mängel ihrer Ehe und riet schließlich sowohl Diana als auch Charles zu einer Scheidung mit der Begründung, dies sei im besten Interesse des Landes. Dieser mit königlicher Förmlichkeit verfasste und mit Liebe von Mama unterzeichnete Brief betonte das unvermeidliche Ende ihrer turbulenten Beziehung. Schließlich wurde die Scheidung des Paares am 28. August 1996 vollzogen und markierte ein schmerzhaftes Kapitel in ihrem Leben, nur ein Jahr bevor sich die Tragödie ereignete. Trotz allem, was passiert war, hörte Diana nie auf, jedem zu zeigen, dass sie und Charles sich sehr geliebt hatten. Dieser Glaube blieb ihr bis zu ihrem Tod erhalten. Dianas Leben fand am 31. August 1997 ein verheerendes Ende, als sie bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Am Tag zuvor hatte sie Kontakt zu ihren Söhnen, die die Zeit in Schottland genossen, während sie mit ihrem neuen Lebenspartner Dodi Fayette in Paris war. Sie hatten einen luxuriösen Kurzurlaub genossen, aber inmitten dieser Opulenz verbrachten sie ihre letzten gemeinsamen Stunden. In dieser schicksalhaften Nacht, verfolgt von Paparazzi, fanden sich Diana und Dodi in einem Auto wieder, das von Henry Paul gelenkt wurde. Die anschließende Verfolgungsjagd endete in einem albtraumhaften Unfall im Pont de l'Alma-Tunnel, bei dem der Fahrer die Kontrolle verlor und gegen einen Betonpfeiler prallte. Dodi und Henry Paul starben sofort. Während Diana Stunden später in einem Krankenhaus für tot erklärt wurde, was die Welt in Trauer stürzte. Die weltweite Resonanz war überwältigend. Dianas Beerdigung am 6. September 1997 wurde von Milliarden verfolgt, als ihr Sarg durch die Straßen Londons zur Westminster Abbey getragen wurde. Nach ihrem Tod mussten sich William und Harry mit der immensen Trauer und dem Kampf ihres Vaters auseinandersetzen, sowohl mit der persönlichen Trauer als auch mit der öffentlichen Kritik zurechtzukommen. Harry dachte über die herzzerreißende Tortur nach, die die Nachricht vom Tod seiner Mutter mit sich brachte und brachte zum Ausdruck, dass es für alle Eltern ein unglaublich schwerer Moment sei, ihn zu ertragen. In dieser schwierigen Zeit suchten sowohl er als auch sein Bruder Trost in der Gegenwart ihres Vaters. Auch wenn König Charles mit seinem eigenen Kummer konfrontiert war. Dianas Tod hinterließ eine große Lücke im öffentlichen Bewusstsein und löste Trauer und Unmut aus. Viele machten Charles und Camilla für Dianas tiefe Trauer verantwortlich. Die Öffentlichkeit sah eine gequälte Familie, als Charles darum kämpfte, Vater und zukünftiger König zu sein, während er gleichzeitig mit den Folgen einer solchen öffentlichen Tragödie zu kämpfen hatte. Einige hielten die Reise von König Charles nach Paris, um Dianas Leiche zu holen für zu spät, während andere es für respektvoll hielten. Währenddessen blieb Camilla verborgen, wohl wissend, dass ihre Anwesenheit nur den öffentlichen Zorn schüren würde. Monatelang schien sie in den Hintergrund zu geraten. Die spürbare Abwesenheit von Charles und Camilla aus der Öffentlichkeit vermittelte eine starke Botschaft, erfüllt von Schuldgefühlen, Schamgefühlen und vielleicht sogar einem Anflug von Angst. Wie fand die verbotene Liebe von Charles und Camilla ihren Platz innerhalb der Mauern des Buckingham Palace? Ehebruch und Akzeptanz. Die umstrittene Liebe von Charles und Camilla. Camilla Parker Bowles hatte schon immer eine geheimnisvolle Anziehungskraft, die viele neugierig machte und sich fragte, wer diese Frau war, für die Prinz Charles alles riskierte. Welche Ereignisse verwandelten ihre Zuneigung in einen Skandal? Alles begann 1970 auf einem sonnenbeschienenen Polofeld im Windsor Great Park, wo Charles Camilla zum ersten Mal sah, kurz nachdem er die Universität Cambridge verlassen hatte und ein Jahr bevor er zur Marine ging. Als sie von einem gemeinsamen Freund kennengelernt wurden, entstand sofort eine Verbindung. Robert Jobson, ein königlicher Autor, bemerkte einmal, dass sie sich von allen Insignien der Monarchie überhaupt nicht beeindrucken ließ und außerdem einen bösen Sinn für Humor hatte. Dieses charmante Treffen entwickelte sich bald zu einer flüchtigen Angelegenheit, die jedoch nur von kurzer Dauer war, da Charles Anfang 1973 seinen Dienst bei der Marine antrat und für eine Weile weg war. Im Juli desselben Jahres traf Camilla eine entscheidende Entscheidung. Sie heiratete Andrew Parker Bowles, einen gutaussehenden und bei Hof angesehenen Wachoffizier. Obwohl es sich um ein politisches Duell handelte, war sich Camilla ihrer gesellschaftlichen Grenzen zutiefst bewusst. Sie war nicht dazu bestimmt, Prinzessin von Wales zu werden. Sie kannte die Hürden, die sie von königlichen Titeln abhielten. Nur zu gut. Ihr Aussehen galt als unzureichend. Ihr aristokratisches Erbe ließ zu Wünschen übrig und sie hatte ihre Jungfräulichkeit verloren. Lange bevor sie Charles traf. Für Camilla schien der Traum, eine Prinzessin zu sein, unerreichbar. Der Legende nach spielte Camilla in einem herzlichen Moment zwischen ihnen frech auf ihre Urgroßmutter Alice Keppel an, die bekanntermaßen eine Geliebte von König Edward Sechfente war. Meine Urgroßmutter war die Geliebte ihres Ururgroßvaters. Wie wäre es damit? Berichten zufolge witzelte sie und deutete damit ein gemeinsames Erbe verbotener Liebe an. Auf ihre Art versuchte Camilla, Alice nachzueifern, indem sie kleinere öffentliche Rollen übernahm, gleichzeitig aber bereit war, im Schatten der Monarchie zu bleiben. Trotz dieser Komplikationen ließ die Bindung zwischen Charles und Camilla nicht nach. Sie waren in das Leben des anderen verstrickt, als ihre jugendliche Verbindung inmitten von Veränderungen im Leben neu entfachte. In den 1980er Jahren, selbst nachdem beide geheiratet hatten, Charles mit der geliebten Lady Diana Spencer und Camilla mit Andrew, war ihre Romanze nicht mehr zu verbergen. Charles fungierte als Pate von Camillas Sohn Tom Parker Bowles und verband ihre Schicksale noch weiter, doch die öffentliche Meinung war weniger nachsichtig. Als Charles 1994 in einem Interview seine Untreue offenlegte, kam es zu einem Aufruhr in den Medien. Und Camilla wurde oft für das Scheitern der scheinbar perfekten Ehe von Charles und Diana verantwortlich gemacht. Von diesem Moment an wurde sie verunglimpft und als Bösewicht dargestellt, der ein Märchen auseinanderreißt. In einem seltenen Moment der Verletzlichkeit teilte Camilla der britischen Vogue mit. Niemand mag es, ständig angeschaut und, wissen Sie, kritisiert zu werden. Aber ich denke, am Ende stehe ich irgendwie darüber hinweg und mache weiter. Du musst mit dem Leben weitermachen. Nach Dianas tragischem Tod im Jahr 1997 drückte Charles seine tiefe Sorge über seine Beziehung zu Camilla aus. Er überlegte. Ich dachte, das britische Volk wäre mitfühlend. Aber ich sehe nicht viel davon. Hier konnte man einen Mann spüren, der zwischen Liebe und einer unvorstellbar schweren öffentlichen Bürde hin- und hergerissen war. Charles und Camilla traten 1999 zum ersten Mal ins Rampenlicht während einer denkwürdigen Nacht, als sie eine Geburtstagsfeier für Camillas Schwester im Ritzhotel in London verließen. Dieser öffentliche Auftritt war ein bedeutender Schritt für das Paar. Da Charles nach und nach begann, Camilla der Welt vorzustellen und sie zu verschiedenen Veranstaltungen mitzunehmen, bei denen sie gemeinsam fotografiert werden konnten. Jeder gemeinsame Auftritt war ein kleiner Schritt in Richtung Erlösung, doch der Ehebruch, der ihre Geschichte befleckte, blieb bestehen. Als Charles mit dem königlichen Protokoll konfrontiert wurde, sah er sich mit Einschränkungen konfrontiert, die Camilla an den Rand des königlichen Lebens brachten. Es wurde deutlich, dass die Königin weiterhin zögerlich war und es vorzog, Camilla in gesellschaftlichen Situationen auf Distanz zu halten. Es war, als würde die königliche Familie in unbekannten Gewässern navigieren und ohne Karte nach einer Lösung suchen. Im Jahr 2003 zogen Charles und Camilla in das Clarence House, eine königliche Residenz in Westminster. Dies war ein klares Zeichen ihres Engagements. Im Sommer 2004 auf Schloss Balmoral, wo die Königin, vielleicht widerstrebend, die Notwendigkeit einer Veränderung anerkannte. Als sich Diskussionen über die verfassungsrechtlichen Auswirkungen einer Wiederverheiratung entfalteten, wurde deutlich, dass ein neues Kapitel geschrieben wurde. Im Februar 2005 erfolgte schließlich eine landesweite Ankündigung. Charles würde Camilla Parker Bowles heiraten. Während sich viele um die öffentliche Akzeptanz und mögliche Gegenreaktionen sorgten, strebte Camilla nicht nur nach Akzeptanz, sondern vielleicht sogar nach Zuneigung. Dies war eine herausfordernde Aufgabe, insbesondere da der Schatten von Diana immer noch auftauchte. Camilla, eine Frau, die eher für ihr Jagdtalent als für ihren gesellschaftlichen Charme bekannt ist, begann, ihr Image neu zu definieren, in der Hoffnung, einen Platz in den Herzen der Menschen zu finden. Doch trotz der sich entwickelnden Beziehung standen sie vor großen Herausforderungen, insbesondere durch Charles' eigene Söhne, Prinz Harry und Prinz William. In Harrys Memoiren, Spare, enthüllte er, dass sie zwar die Beziehung ihres Vaters zu Camilla unterstützten, ihn jedoch anflehten, sie nicht zu heiraten. Kurz nach unseren privaten Treffen mit ihr begann sie das lange Spiel zu spielen, schrieb Harry und deutete an, dass Camilla eine Heirat und vielleicht noch mehr im Visier hatte. Diese Perspektive löste eine defensive Reaktion von Camillas Sohn Tom Parker Bowles aus, der darauf beharrte, es ist mir egal, was jemand sagt, das sei kein Endspiel. Sie heiratete die Person, die sie liebte. Und das geschah. Bei den Hochzeitsplänen sah sich das Paar mit weiteren Komplikationen konfrontiert. Aufgrund von Camillas Status als geschiedene Frau mit einem noch lebenden Ex-Mann, Andrew Parker Bowles, war es ihnen verboten, eine traditionelle kirchliche Trauung abzuhalten. Die Haltung der Kirche von England zur Scheidung war sehr streng, insbesondere im Hinblick auf eine königliche Ehe. Und innerhalb der Kirche selbst herrschten gemischte Gefühle. Einige Mitglieder plädierten für eine zweite Chance in der Liebe, während andere fest an der Überzeugung festhielten, dass die Ehe heilig und geschützt sein sollte. Um in diesen turbulenten Gewässern zurechtzukommen, entschieden sich Charles und Camilla für eine standesamtliche Trauung im Windsor Guild Hall am 9. April 2005, wobei die Segnung später in der St. Georges Chapel stattfand. Interessanterweise verzichtete Königin Elizabeth de Zwar darauf, an der standesamtlichen Trauung teilzunehmen, was die komplexen Gefühle der königlichen Familie in Bezug auf diese Ehe noch deutlicher macht. Bei dieser Zeremonie überreichte Charles Camilla einen atemberaubenden Diamantring, der einst der verstorbenen Königinmutter gehörte. Mit einem beeindruckenden Wert von einer halben Million Pfund hatte der Ring eine reiche Geschichte, in der vor allem der Ko-i-Nor-Diamant zu sehen war, der für seinen vermeintlichen Fluch auf männliche Besitzer bekannt ist. Die Komplikationen im Zusammenhang mit ihrer Ehe gingen jedoch über die rein persönlichen Beziehungen hinaus, Die rechtlichen Hürden hinsichtlich der Heiratsbräuche der königlichen Familie reichten bis zu Gesetzen aus dem Jahr 1836 zurück, als Königin Victoria noch Thronfolgerin war. Diese Gesetze untersagten in der Vergangenheit standesamtliche Trauungen für Mitglieder des Königshauses. Und während Charles sich beim britischen Lord-Kanzler über die Rechtmäßigkeit einer standesamtlichen Trauung beraten ließ, wurde ihm mitgeteilt, dass Menschenrechtsgesetze die Darstellung möglicherweise geändert hätten. Diese Flexibilität der königlichen Bräuche zeigt, wie die Monarchie ihre Protokolle häufig anpasst, bei Bedarf historische Präzedenzfälle zitiert, oder die Regeln einfach an ihre Bedürfnisse anpasst. Um ihr Engagement zu festigen, stellte Charles sicher, dass er seine Heiratsverbote offiziell in Syrencester, einer Stadt in der Nähe seines Anwesens, aushängte. Durch die Teilnahme an wöchentlichen Gottesdiensten in der Nähe seines Zuhauses in Highgrove, wollte er seine Verbindungen zur breiteren Kirche in Einklang bringen und erkannte die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten rund um seine standesamtliche Trauung. Trotz aller Bemühungen des Paares war es unwahrscheinlich, dass die Entscheidung für einen kirchlichen Segen alle zufriedenstellte. Viele stellten die Gültigkeit ihrer Ehe in Frage, da sie der Ansicht waren, dass sie hinter der traditionellen Ehe zurückbleibe. Dann war da noch die Frage der öffentlichen Wahrnehmung. Charles' Besuch in Australien kurz nach seiner Verlobung erwies sich als wenig enthusiastisch. Er wurde nur Verhalten aufgenommen, insbesondere als neue königliche Stars wie Kronprinz Friedrich von Dänemark und seine Frau, Prinzessin Mary, das Rampenlicht stahlen. Viele erinnerten sich an die glorreichen Tage der britischen Monarchie und konnten nicht anders als die aktuelle Stimmung gegenüber Charles und Camilla mit der Bewunderung zu vergleichen, die Prinzessin Diana und König Charles während ihrer Touren erhielten. Ursprünglich war Schloss Windsor mit seiner historischen Kulisse als Veranstaltungsort für ihre Hochzeit vorgesehen, doch es kam zu rechtlichen Komplikationen hinsichtlich des öffentlichen Zugangs, was das Paar dazu zwang, an einen weniger konventionellen Ort auszuweichen. An der standesamtlichen Zeremonie, die unauffällig und intim war, nahmen nur wenige enge Familienmitglieder teil, darunter Charles' Söhne, nicht jedoch die Königin selbst. Diese Abwesenheit markierte einen bezeichnenden Moment in der königlichen Geschichte und verdeutlichte die Risse in der Tradition der Monarchie und den Schmerz vergangener Beziehungen, die im kollektiven Gedächtnis der königlichen Familie nachwirkten. Selbst nach ihrer Heirat gab es weiterhin Gerüchte über Camillas Titel. Der Palast stellte schnell klar, dass sie keine Königin sein würde, sondern stattdessen den Titel Prinzessin Gemahlin erhalten würde. Eine Geste, die darauf abzielte, Dianas Erbe zu respektieren. Nach ihrer Hochzeit wurde Camilla offiziell Herzogin von Cornwall, ein Titel, der sie in gewisser Weise mit Dianas Vergangenheit verbunden hielt, aber auch ein Neuanfang für sie und Charles bedeutete. Im Laufe der Zeit stieg Camilla, die einst eine der am meisten verachteten Frauen Großbritanniens war, aus dem nichts zur geschätzten Königin Gemahlin auf. Wie ist das passiert? Auf welche Weise hat sie sich verändert? Welche Geheimnisse birgt ihre Verwandlung? Rollentausch, Camilla als Königin. Als Charles und Camilla sich zum ersten Mal auf den Weg machten, die öffentliche Sicht auf Camilla zu verändern, wussten sie, dass der Weg nicht einfach sein würde. Berichten zufolge wandte sich das Paar an PR-Guru Mark Bolland, um dabei zu helfen, Camillas Image wiederherzustellen, eine Aufgabe, die damals nahezu unmöglich schien. Bollands Strategie war einfach, aber effektiv. Bauen Sie Beziehungen zur britischen Presse auf, versorgen Sie sie mit positiven Geschichten und verändern Sie schrittweise die öffentliche Wahrnehmung. Aber es stand viel auf dem Spiel und die Kosten waren laut Prinz Harry sogar noch höher. In seinen Memoiren, Spare und den darauffolgenden Interviews hielt sich Harry nicht zurück. Er deutete an, dass die Bemühungen, Camillas Image aufzupolieren, auf Kosten anderer Mitglieder der königlichen Familie gingen. Noch bevor Spare in die Regale kam, kursierte das Geflüster, dass Bolland Informationen über andere Mitglieder des Königshauses ausgetauscht habe, um Charles und Camillas Ansehen zu stärken. Ich sehe jemanden, der in diese Institution eingeheiratet hat und alles getan hat, um seinen eigenen Ruf und sein eigenes Image, um seiner Selbstwillen zu verbessern, bemerkte Harry während eines Good Morning America Interviews. Während seines Treffens mit Anderson Cooper in der Sendung 60 Minutes ging er noch weiter und sagte, sie sei die Bösewichtin. Sie war eine dritte Person in der Ehe. Sie musste ihr Image rehabilitieren. Das machte sie aufgrund der Verbindungen, die sie innerhalb der britischen Presse knüpfte, gefährlich. Und auf beiden Seiten herrschte eine offene Bereitschaft zum Informationsaustausch. Und da die Familie auf Hierarchie beruhte und sie auf dem Weg war, Königin gemahlen zu werden, würde es deshalb immer wieder Menschen oder Leichen auf der Straße geben. Camillas Verwandlung von der sogenannten dritten Person in Charles und Dianas Ehe zur Königin war geradezu spektakulär, ungeachtet der Turbulenzen, die die Situation umgaben. Ein wichtiger Wendepunkt auf ihrer Reise ereignete sich im Februar 2022, als Königin Elisabeth de Zwent am Vorabend des Todestages ihres Vaters eine dramatische Erklärung abgab, in der sie ihren Wunsch zum Ausdruck brachte, Camilla den Titel einer Königin-Gemahlin zu verleihen. Dies war ein entscheidender Meilenstein auf ihrer Reise. In dieser besonderen Zeit wurde Camillas Ansehen innerhalb der Monarchie gestärkt und es war ein Beweis dafür, wie weit sie fortgeschritten war. Allerdings war das, was am Tag der Krönung Karls geschah, wohl noch aufschlussreicher als die Ereignisse, die sich abspielten. Die offizielle Website der königlichen Familie hat enthüllt, dass Camillas Titel einfach in Königin geändert wurde. Diese Änderung, die nicht offenkundig, aber dennoch bedeutsam war, deutete darauf hin, dass alle verbleibenden Hindernisse für ihre vollständige Anerkennung als Königin beseitigt worden waren. Darüber hinaus bedeutete es, dass sie ihre Rolle an der Seite von Charles voll und ganz annehmen konnte, was laut der Autorin von »Prince Philip Revealed«, Ingrid Seward, schon immer Charles' Wunsch gewesen war. Ohne Zweifel wäre sie Königin geworden. In seiner Erklärung erklärte Seward, dass dies der Wunsch des Monarchen sei und dass Charles, der der König war, sie als seine Königin haben wollte. Seward erwähnte auch, dass Camillas Beharrlichkeit und Engagement die Faktorin waren, die letztendlich den Ausgang der Situation bestimmten. Laut Seward war Camilla für ihre Foul-Hate bekannt. Die Königin glaubte, dass sie endlich ihr volles Potenzial erreicht hatte, als sie sah, wie sie sich viel Mühe gab und Charles viel Ermutigung zeigte. Die Erkenntnisse von Seward zeichnen das Bild einer Dame, die trotz ihres anfänglichen Zögerns schließlich zu ihrem Posten heranreifte und sich den Respekt der Königin und, was vielleicht noch wichtiger ist, des Volkes erwarb. »Ich glaube weitgehend, dass Camilla diejenige ist, der Charles alles zu verdanken hat. Mehr, als wir jemals erfahren werden«, sagte Seward und spielte damit auf das Ausmaß der Verbindung an, die zwischen ihnen besteht. Wie wir gesehen haben, hat der König eine dunkle Seite, »aber ich glaube, dass sie ihn auf sein Niveau bringt und sein Leben freudiger macht.« Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er noch nie jemanden gehabt, der sich so sehr für seine geistige Gesundheit interessiert hätte. Als Menschen auf der ganzen Welt sahen, wie Camilla neben Charles gekrönt wurde, wurde deutlich, dass ihre Position in den Annalen der Geschichte der Monarchie fest etabliert war. Jede Änderung der Tatsache, dass die Frau eines Monarchen sofort Königin wird, hätte eine Überarbeitung der einschlägigen Gesetzgebung erforderlich gemacht. Die Bedeutung dieses Punktes auf Camillas Reise wird durch die Tatsache unterstrichen, dass eine königliche Quelle erklärte, dass die Krönung ein günstiger Zeitpunkt sei, Königin Camilla in einer offiziellen Rolle einzusetzen. Joe Little, Chefredakteur des Majesty Magazins, war erstaunt über die Umgestaltung und drückte seine Bewunderung aus. »Ich kann nicht glauben, welchen großen Unterschied 20 Jahre machen können. Sie hat sich von einem Ort am Rande der Vergessenheit zur zweithöchsten im Land entwickelt, was in sehr kurzer Zeit seit ihrem Start einen ziemlichen Aufwärtstrend darstellt. Little fügte hinzu, dass die jüngsten Taten von Charles deutlich machen, dass Camilla für ihn äußerst wichtig ist. Während Little eine Verbindung zwischen Camilla und der Stellung von Prinz Philip im Leben von Königin Elizabeth herstellte, erklärte er, dass das, was er tue, etwas sei, was er ohne sie unmöglich hätte tun können. Das öffentliche Image von Camilla, das früher durch ihre Rolle bei der Hochzeit von Charles und Diana beeinträchtigt war, hat eine völlige Metamorphose durchgemacht. Derzeit gilt sie als Mitglied der Monarchie, das sich der Hilfe für die Nation verschrieben hat und sich im Wahlkampf engagiert. Andererseits ist sie immer noch das bescheidene Mädchen aus Sussex, das mit einer Leidenschaft für Pferde aufgewachsen ist und sich ganz einfach in Charles verliebt hat. Dies trotz der Tatsache, dass sie sich als königliche Figur präsentiert. Camilla ist im Laufe ihrer 18-jährigen Ehe mit Gelassenheit und Selbstbewusstsein in ihren Beruf hineingewachsen. Sie hat nicht nur bewiesen, dass sie eine selbstbewusste königliche Gastgeberin ist, sondern auch, dass sie in der Lage ist, einen Empfang im Clarence-Haus abzuhalten oder die Monarchie im Ausland zu repräsentieren. Zusätzlich zu ihren Verpflichtungen als Mitglied der königlichen Familie ist Camilla Schirmherrin einer Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen für Alphabetisierung, Unterstützerin von Opfern häuslicher Gewalt und Verfechterin einer Reihe von Gruppen, die sich für die Verbesserung des Wohlergehens von Nutztieren einsetzen. Andererseits ist ihre Unterstützung für Charles wahrscheinlich die wichtigste Funktion, die sie spielt. Sie ist eine beruhigende Präsenz in seinem Leben und ermöglicht es ihm, seine Verantwortung als Staatsoberhaupt wahrzunehmen. Joe Little machte die Beobachtung, dass Camilla mit ihrer fast 20-jährigen Erfahrung in der Arbeit für das Unternehmen und der Prägung ihres Namens darauf vorbereitet war. Wie ihre verstorbene Schwiegermutter feststellte, hat sie ihren Wert sowohl schrittweise als auch unverkennbar unter Beweis gestellt. Camillas Weg von der anderen Frau zur Königin ist eine Erzählung von Beharrlichkeit, Neuerfindung und schließlich Akzeptanz. Während sich der Staub nach der Krönung legt, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Sie hat sich mittlerweile als vertrauenswürdiges Mitglied der königlichen Familie etabliert und ist zu einem wichtigen Bestandteil der Zukunft der Monarchie geworden. Obwohl sie diese Aufgabe zu einem Zeitpunkt übernehmen wird, an dem ihre Altersgenossen bereits seit 10 oder 15 Jahren im Ruhestand sind, ist sie eine außerordentlich fähige Frau, wie Little es ausdrückte. Aufgrund der Tatsache, dass Königin Elizabeth verstorben ist, sind Camilla und Kate nun die beiden Frauen in der königlichen Familie, die die höchsten Positionen innehaben und die meiste Aufmerksamkeit erhalten. Nach der Krönung wird Camilla den Titel Königin annehmen, was für sie mehr als nur eine Titeländerung bedeutet. Es ist ein symbolischer Versuch, sie in den Augen des britischen Volkes endgültig und vollständig zu legitimieren, nachdem sie jahrzehntelang ohne jede Begründung dämonisiert wurde. Also, was denken Sie? Hat das Verhalten von König Charles und Königin Camilla im Laufe der Jahre ihre Wahrnehmung von ihnen verändert? Glauben Sie, dass Ihnen die Ereignisse zu Dianas Lebzeiten vollständig vergeben wurden? Oder glauben Sie, dass Ihre Beziehung immer noch angespannt ist? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Wir würden gerne Ihre Meinung hören. Wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihm einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um tiefer in die königliche Familie und andere faszinierende Geschichten einzutauchen. Klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie kein Update verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.